Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Zoom-Serie mit Frau Claudia Müller-Ebeling unter dem Überbegriff ethnologisch-persönliche Perspektiven auf virulente Fragen, weil Humor beginnt, wo der Spaß aufhört. Heute geht es um Hopi-Indians und Karl May, virulente Aneignung oder weshalb Dakota Deutsche lieben. Nächsten Dienstag dann am 24. Oktober auch wieder um 19 Uhr, Dreadlocks, Nigger und Jim Knopf, weshalb Black Lives Matter wahrlich wichtig ist. Ja, und das letzte Zoom dann mit Claudia am 31. Oktober auch wieder um 19 Uhr zur Gender- und MeToo-Debatte, weshalb wir Damenwahl als Tanzvergnügen missverstehen. Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, vielleicht kennen Sie noch jemanden, den diese nächsten Themen interessieren könnten. Wir würden uns freuen. Besten Dank. Liebe Claudia, ich übergebe dir hiermit das Zoom. Danke. Ja, also ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass doch einige sich angemeldet haben. Das ist natürlich eine großartige Unterstützung, aber eigentlich ist es ja schade, dass das so als Unterstützung jetzt gemeint ist, denn mit 67 Jahren will ich jetzt eigentlich nicht an der Straße stehen und den Hut aufhalten und um Almosen bitten, weil ich denke eigentlich, netterweise hat Gabriele das so genannt und das eigne ich mir jetzt mal an. Also ich denke eigentlich, dass das mentale Soulfood doch für wahnsinnig viele Leute unglaublich wichtig und aufschlussreich wäre, womit ich mich selber nicht wichtig machen möchte, aber womit ich einfach ganz bestimmte Gedanken wichtig machen möchte, die wir eigentlich alle brauchen. Also insofern wäre es wirklich großartig, wenn da merken und viele Leute merken würden, also das ist keine vergeudete Zeit. Also wie ihr merkt hier, ich bekenne mich schuldig der Aneignung an indianischen Objekten, indianischem Gedankengut, indianischen Identitäten und ich habe mir da einiges angeeignet und als Ethnologin lebe ich sogar davon, dass ich das Wissen und die Einblicke und die Perspektiven anderer Völker für unsere Welt verständlich mache. Und da gibt es jetzt wirklich unglaublich viele wahnsinnig interessante Aspekte, die bei dieser ganzen Diskussion mit Aneignung, das ist ja ein Aufreger gewesen, ich habe es jetzt gar nicht mehr so gemerkt, dass das jetzt in den letzten Monaten noch so wichtig war, sich über Indianer zu streiten, aber immerhin ist das ja ein Aufreger und die Aspekte, die wir heute Abend jetzt irgendwie beleuchten, die euch alle wahnsinnig vertraut sind, die kommen in diesen öffentlichen Diskussionen eigentlich nicht vor und das ist doch schade. Deswegen möchte ich jetzt mal so paar Dinge, paar Aspekten einfach eine Stimme verleihen, die bedauerlicherweise fehlen. Zuallererst mal geht es überhaupt um diesen Begriff Aneignung. Also eigentlich müssten wir, wenn wir geboren werden, sofort so eine Art Einwilligungserklärung unterschreiben. Ja, ich weiß, mein Denken und mein Handeln geschieht auf eigener Verantwortung und ich übernehme die Kosten und die Konsequenzen, die aus moralisch verwerflichen Absichten und Intentionen und Gedanken und so weiter, die ich in die Welt bringe, die dadurch nicht entstehen. Dummerweise haben wir aber natürlich gar keine Garantie gekriegt, als wir geboren wurden, dass alles, was wir machen und denken und tun und in Gang setzen, dass das hundertprozentig richtig ist und rechtlich einwandfrei und moralisch komplett ganz weiße Weste und dass es jeden Zeitgeist in jeder Zeit überlebt, von unserer Geburt bis zum Tod. Ja genau und damit hat es halt zu tun. Also Aneignung ist eben ein Begriff mit zwei ganz verschiedenen, unterschiedlichen Bedeutungen und das ist in unserer Sprache so und das ist in unserem Denken so und das ist die Natur des Lebens. Also wir beklagen uns eigentlich darüber, dass wir nicht so auf eine Schiene gesetzt werden und alles ist klipp und klar und es gibt kein links und kein rechts und kein oben und kein unten und keine Facetten und so weiter. Also bevor ich jetzt auf diese beiden Bedeutungen eingehe, möchte ich kurz sagen, dass es sehr darauf hinweist, diese ganze Aneignungsdebatte, dass wir wahnsinnig begeistert dabei sind, aus Maschinen Menschen zu machen und aus Menschen Maschinen. Weil das hat mit diesem 0-1 richtig falsch zu tun und das ist unglaublich dualistisch. Denn eigentlich merken wir ja ganz oft im Leben, dass von jeder Wahrheit auch das Gegenteil wahr ist und dass es unglaublich viele verschiedene Dinge gibt, die wir so tun, die man einfach unter verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Und das kommt eben einfach darauf an, mit welcher Sicht, mit welcher Perspektive schauen wir auf die Dinge und was haben wir für Absichten gehabt. Und auch das, da haben wir eine Entscheidung. Also als diese Diskussion so entstand, da habe ich so gemerkt, dass ich mich so innerlich empöre, weil ich denke, also es ist doch eigentlich unverschämt, dass da jetzt plötzlich Leute in meinen Gefühlen und in meinen Gehirnwindungen rumtanzen, die glauben, besser zu wissen, was ich richtig und was ich falsch mache. Und die sich anmaßen, überhaupt zu wissen, wie ich Dinge empfinde und warum ich mich mit irgendwas beschäftige oder auch andere mit mir zu diesem Thema. Und dann habe ich gedacht, Claudia, weißt du, verdammt Deutsch. Immer empört und immer melancholisch. Das ist natürlich auch so ein bisschen mein Wesenszug. Man kann es auch anders machen. Man kann auch sagen, eigentlich ist es ein kosmischer Joke. Es ist eigentlich ein unglaublicher Gag, dass wir ausgerechnet in einer Zeit, in der es diese KI gibt, die übrigens auch KI und KV heißen könnte. Also nicht nur künstliche Intelligenz, sondern auch künstliche Intelligenz und künstliche Verblödung. Das ist in dieser Zeit, in der alles, was wir irgendwie in dieses Internet eingeben, dass das diese ganzen Formulierungen, Gedanken, Worte, Sätze, werden alle verhackstückt und werden einfach dieser sogenannten KI einverleibt, damit sie in irgendeinem ganz anderen Kontext wunderbar abrufbar ist. Also das ist halt genau die Problematik an dieser Thematik und auch das Spannende daran, weil es kommt dann in diesem Falle wirklich total auf uns an, dass wir eben noch menschlich genug sind, diese ganzen verschiedenen Facetten zu begreifen. Also jetzt zu diesem Wort Aneignung.